YouTube gibt nichts auf Wahrheit und Seriosität. Stattdessen wird die Plattform immer mehr zu einer effektiven Plattform für Desinformationen und Lügen. Und Google schaut mit offenen Augen zu. Und in diesem Video wollen wir einmal anhand eines offensichtlichen Beispiels das Ganze anschauen und uns die Frage stellen, warum das so ist. Daher wäre es auch wichtig, dass ihr dieses Video möglichst weit teilt, dass möglichst viele Leute auf YouTube es mal gesehen haben. Und ich sage es auch gleich, liebe Kommentarschreiber, ich weiß. Ihr werdet jetzt ein vertrautes Gesicht sehen, aber tut mir leid, es muss sein. Alexander Rauhe ist der Kopf hinter dem Vermietertagebuch. Und sein Name ist in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Synonym für Lügen, Fake News, Hass und Hetze im Internet geworden. Er ist ein Beispiel dafür geworden, dass es auch auf YouTube nahezu keine Content-Moderation gibt. Und er hat ein grandioses Geschäft aus seinen Videos gemacht, die einfach nur billig produzierte Clips sind, in denen er sich über Berichte aus dem Boulevard aufregt oder gleich rechtsextreme Publikationen als die einzige Quelle verkauft. Inzwischen ist Alex Rauhe sowas wie eine sichere Bank, wenn es um Lügen im Internet geht. Beispielgefällig? Die Ampel macht das bisher Undenkbare und will jetzt 21 Millionen Rentnern die Rente kürzen. Hier spricht Rauhe über eine Aussage von Finanzminister Christian Lindner von der FDP, Einsparungen im sozialen Bereich vornehmen zu wollen, also bei Rente oder Bürgergeld, und verkauft diese klassische FDP-Überlegung, die es immer gibt, als bereits beschlossene Wahrheit. Rauhe verkauft seinem Publikum die Ampel, nimmt Millionen Rentnern ihr Geld weg und schickt sie in die Armut. Dabei geht es in Wahrheit darum, dass im Rahmen des Bundeshaushalts 2025 eine Kürzung des Zuschusses zur Rentenversicherung vorgesehen ist. Und das hat eben jene deutsche Rentenversicherung zum Anlass genommen, öffentlich Alarm zu schlagen und spricht von Rentenkürzungen. Im Kern geht es aber nur um die Bezuschussung der Versicherung, die derzeit mehr Geld hat, als sie überhaupt ausgibt. Die Rentenversicherung in Deutschland basiert nämlich in Wirklichkeit auf drei Säulen. Den Beiträgen der Versicherten, den Beiträgen der Arbeitgeber und den Steuern, die der Bund eben als Zuschuss dazu gibt. Durch diese drei Pfade kamen letztes Jahr 112,4 Milliarden Euro in die Kassen der Rentenversicherung. Gut 22 Prozent dieser Summe kommen vom Bund. Bei der Einführung der dynamischen Rente 1957 waren es gut 24 Prozent. Sicherlich kann man nun Einzelfälle heranziehen und sagen, ja, die Rente reicht halt nicht. Und das würde stimmen. Aber zu sagen, alle bekommen weniger, ist halt eine Lüge. Wie mir passte sich 2023 sogar der Rentenwert in Ost und West das erste Mal wirklich an und stieg auf 37,60 Euro. Also nein, kein Rentner in Deutschland hat auf einmal weniger in der Tasche. Und selbst die Kürzung am Beitrag zur Rentenversicherung muss erst durch den Bundestag. Das wird erst nach der Sommerpause überhaupt final geklärt. So, wie lange haben wir jetzt nur für diese kleine Richtigstellung gebraucht? Eine Minute? Vielleicht knapp zwei Minuten? Inklusive Recherche sicherlich deutlich länger. Und vermutlich länger als Alex Raue brauchte, um sein komplettes Video aufzunehmen und hochzuladen. Dennoch bin ich mir sicher, dass dieses Video hier nicht 200.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden sehen werden. Anders als eben das Video vom Vermietertagebuch. Natürlich komplett monetarisiert, also dick mit Werbung ausgestattet. Raue dürfte mit diesem Einglip wohl gut zwischen 600 und 800 Euro verdient haben. Was für ihn doch mal mehr wert ist, da der Euro in vielen Ländern, in denen Raue unterwegs ist, halt einfach wertvoller ist. Mit einem geschätzten Umsatz in den Zehntausenden jeden Monat lebt Raue allein von YouTube-Werbung wie ein König. Und das sind Spenden, Kurse, die er verkauft und anderes Zeug gar nicht eingerechnet. Aktuell ist Raue aber noch auf der Suche nach einem Land, in dem er jetzt keine Steuern zahlen muss für sein Einkommen von YouTube. Nachdem in Costa Rica sich das nun leider für ihn ändert. Jetzt aktuell sind wir auf einer Weltreise, aber in zwei Monaten soll es ja wieder zurück nach Costa Rica gehen. Und dann wollten wir uns dort eigentlich längerfristig niederlassen. Wir wollten ein Haus kaufen, wir wollten dort unsere Familie vergrößern, wir wollten uns Haustiere anschaffen. Also wirklich jetzt das ganze Programm und uns da richtig schön das Leben genießen und uns dort unseren Lebensmittelpunkt einrichten. Tja, aber leider wurde uns jetzt ein richtig fetter Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar hat Costa Rica heute, respektive gestern war das glaube ich schon bekannt gegeben, dass sie umfangreiche Änderungen in Bezug auf die Ausländer einführen wollen. Ja, sie wollen ja wirklich neue Gesetze einführen. Weil bisher waren nämlich Einkünfte aus dem Ausland nach diesem Territorialsteuerprinzip in Costa Rica steuerfrei. Also alles, was du im Ausland verdient hattest, musst du in Costa Rica nicht versteuern. Nur was du dort im Inland verdienst, das musst du versteuern. Und das soll jetzt in Zukunft abgeschafft werden. Es soll jetzt das sogenannte Welteinkommensprinzip eingeführt werden. Also das, was wir auch in Europa haben. Und damit gehen natürlich Steuersitze von 10 bis 30 Prozent einher. Oh no! Der stolze Patriot, der aus Deutschland geflohen ist, verlässt nun Costa Rica, weil er einen Teil seines Geldes an Steuern abtreten soll. Weil wer an seine YouTube-Moneys will, der ist nicht sein Freund. Klarer Fall. Dieses geile Business mit Lügen Geld zu verdienen, das ist halt auch nur cool, wenn man 100 Prozent davon für sich selbst behalten kann. Alles andere ist Diebstahl. Steuern. Und ja, da wünscht man sich doch wirklich sorgfältige Systeme, die bei der Ermittlung von schädlichen Fehlinformationen in Videos helfen. Und perfekt wäre es, wenn es wirklich auch Bewerter und Experten gäbe, die haltlose Verschwörungstheorien und fehlerhafte Informationen auf YouTube erkennen und ihre Verbreitung unterbinden würden. Gerade diese Plattform hier müsste eigentlich endlich geschulte Bewerter einsetzen, die anhand von öffentlichen Richtlinien und unterstützt von Modellen und Systemen Fake News erkennen und von der Plattform entfernen. Ja, und wisst ihr was? Genau das. Also fast exakt genau das, was ich gerade gesagt habe, schreibt YouTube selbst zum Thema Kampf gegen Fehlinformationen auf seiner Seite. Man könnte fast lachen, wenn es nicht so unglaublich verstörend wäre, dass YouTube das ernst meint. Das ist ungefähr so, als würde Christian Lindner ein Buch über die Vorteile des Kommunismus schreiben oder Markus Söder betonen, dass Bier eine viel tödlichere Droge als Cannabis sei. Was YouTube und damit Google macht, ist das perfekte Beispiel für die eine Sache sagen und genau das Gegenteil tun. Weil YouTubes Algorithmus, der sorgt erst dafür, dass vor allem rechtsextreme Fake News Kanäle weltweit auf der Plattform an Reichweite, Größe und Umsatz zunehmen und eigentlich sogar richtig explodieren aktuell. YouTube kämpft nicht gegen Fake News. Es sorgt dafür, dass immer mehr Menschen sie sehen. Und so bleibt dann zum Beispiel sowas stehen und bringt Alex Raul halt auch viel Geld. Jetzt dreht Selenskyj komplett durch und er hat das Atomkraftwerk Saporischer angegriffen. Nach einem Angriff mit Kampfdrohsen hat einer der Kühltürme Feuer gefangen und das könnte richtig schlimme Kettenreaktionen nach sich ziehen. Und damit ist es noch nicht genug. Als nächstes steht das Atomkraftwerk in Kursk auf der Liske von Selenskyj. Würden Experten wirklich mal den Kanal von Raue anschauen, würden sie aber lernen, dass das Vermietertagebuch seit Ausbruch des Ukraine-Krieges so viele russische Lügen ungefiltert übernommen hat, dass hier keine Nachrichtenlage mehr abgebildet wird. Und auch wenn in diesem Krieg natürlich die Wahrheit sicherlich von beiden Seiten verbogen wird, ist es wohl zumindest zweifelhaft, dass es einen ukrainischen Drohnenangriff auf das AKW gab, welches Russland kontrolliert und mit dem es die Ukraine immer wieder erpresst. Die internationale Atomenergiebehörde, die das betroffene AKW gerade noch so überwacht, wie es Russland erlaubt, schreibt zu diesem Brand in einer Stellungnahme, dass im Kühlturm des Kraftwerks keine Drohnenteile gefunden wurden. Genauso wenig habe man jedoch auch Reste von verbrannten Reifen gefunden. Was eine andere Theorie im Internet, dass Russland mithilfe von alten Reifen den Brand selbst herbeigeführt hat, auch infrage stellt. Wie es wirklich ist, ist schwer zu sagen. Denn Russland hat den Beobachtern keinen Zugang zum Kaltwasserbecken des Kühlturms erlaubt. Und die Behörde berichtet von einem starken Geruch von verbrannten Plastik im Kühlturm. Das wiederum passt aber zu Brandspuren im Kühlturm auf der Ebene der Wasserversorgung, gut 10 Meter weiter oben. Es wurden Proben genommen und bisher gibt es eben keine abschließende Bewertung der Lage. Fest steht aber schon jetzt, dass es nie das Risiko eines nuklearen Vorfalls gab. Denn die Kühltürme sind derzeit nicht in Betrieb. Und sie sind nicht Teil der Kühlung des Reaktors. Diese befinden sich nämlich bereits in der Kaltabschaltung. Zudem ergaben eben die Messungen keinen erhöhten Strahlenwert. Der Brand im Turm erzeugte also maximal gute Bilder für die Propaganda. Alles darüber hinaus ist Spekulation. Und zu sagen, die Ukraine habe den Kühlturm mit Drohnen angegriffen, ist eine Fehlinformation. Oder vermutlich, um es richtiger zu sagen, es ist Desinformation. Weil Desinformation ist die bewusste und aktive Verbreitung von Falschinformationen gegen besseres Wissen. Aber um das zu unterstellen, dafür kann man natürlich nicht nur ein Video heranziehen, sondern muss den Kanal und Urheber genauer betrachten. Das schreibt YouTube selbst in seinen Guidelines. Und, ja, okay, dann machen wir uns doch mal die Arbeit. Weil Alex Rauhe redet viele über den Ukraine-Krieg. Wie über den Angriff der Ukraine auf die Region Kurs zum Beispiel. Inklusive einem süffisanten Lächeln, als er auf die Absicht Putins hinweist, die Ukraine zu vernichten. Ja, natürlich erst jetzt als Reaktion auf den unerlaubten Angriff auf Russland, versteht. Das Blöde daran ist aber nur, dass Zelenskyj damit den russischen Präsidenten Putin komplett unterschätzt hat, weil der hat nämlich gestern eine Pressekonferenz gegeben und ganz deutlich gesagt, dass Verhandlungen jetzt nach diesem Angriff auf Kurs komplett ausgeschlossen sind und er die Ukraine jetzt platt machen wird. Schaut euch mal diesen kurzen Ausschnitt an. Und, ja, jetzt ist es ja so, warum kievski режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Sundi, so, противник при помощи своих западных хозяев он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще можно идти может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Практически безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений будут достигнут. Да, habt ihr es gehört. Ja, habt ihr es gehört. Und es ist ja schon bezeichnet, dass Alex Rauhe gut zwei Minuten ohne Einordnung Wladimir Putins Rede zeigt, welcher natürlich ein dujos gefärbtes Narrativ verbreitet. Wisst ihr, wie oft Rauhe Wladimir Slensky bei sich auf dem Kanal zu Wort hat kommen lassen? Genau. Bagel. Stattdessen spricht ihr von einem drohenden Angriff der Ukraine auf Belarus, auch wenn es nur eine Drohne der Russen war. Belarus nutzte den Vorfall jedoch, um mehr Truppen an die Grenze zu verlegen. Raue macht daraus das. Eben kam die brisante Eilmeldung herein, dass die Ukraine Belarus angegriffen haben soll. Präsident Lukaschenkov hat den Abschuss ukrainischer Kampfdrohnen auf dem Territorium von Weißrussland gemeldet. Und wenn das wirklich wahr ist, dann ändert das wirklich alles. Aus einer Meldung, dass der Ukraine der Bankrott drohen könnte, sollte sie sich nicht mit den Gläubigern auf neue Zahlungsmodalitäten für anstehende Zinszahlungen einigen, macht Raue das. Es ist offiziell, die Ukraine ist bankrott. Gestern ist ein bereits verlängerter Kredit fällig geworden und die Ukraine konnte nicht bezahlen. Damit ist die Ukraine offiziell in der Staatspleite. Ja, falsch. Weiter. Aus einem gelungenen ukrainischen Angriff auf einen sehr teuren Bomber der Russen, den Russland weit weg von den Schlachtfeldern versteckt, macht Raue einen Angriff der NATO. Weil ja niemand aus der Ukraine raus kann und kleine Drohne mit Sprengsätzen nicht eine perfekte Waffe für dezentrale Kriegsführung sind. Eine Drohne hat einen russischen Überschallbomber auf dem Orlenia Luftwaffen Stützpunkt angegriffen und vernichtet. Und dieser Stützpunkt ist direkt an der finnischen Grenze und 3000 Kilometer entfernt von der Ukraine. Wir alle wissen, wer das war und jetzt wird es laut Kolonel Douglas McGregor richtig richtig schmutzig. Wirklich schmutzig ist es wirklich schon lange auf dem Kanal von Alex Raue und er verbreitet so viele Unwahrheiten, so viele Lügen, so viel Desinformation, dass eigentlich selbst YouTube eigene Guidelines inzwischen kotzend über der Reling hängen müssten. Dennoch bleibt alles stehen, alles ist monetarisiert und Raue, der macht derzeit eine Weltreise mit seiner Familie und wird dann wohl in Thailand enden. Zumindest wenn er dort keine Steuern zahlen muss. Jetzt mal von dem, was wir von unserer letzten Weltreise gesehen haben, Koh Samui in Thailand, da hat es uns richtig gut gefallen, das hat auch eine gute Infrastruktur und die haben auch so eine Art Territorial Besteuerung allerdings mit so einem rollierenden System, was über ein Jahr geht und das kommt hinzu, die haben sich jetzt zusätzlich dieses Jahr sind die aus dem Finanzkontrollsystem der deutschen Finanzämter ausgestiegen. Also Thailand meldet ab diesem Jahr keine Konten mehr nach Deutschland. Und er wird uns von dort sicherlich weiter mit vielen Lügen direkt auf YouTube beglücken, weil inzwischen hat er auch einen englischsprachigen Ableger aufgemacht, um noch mehr Geld zu verdienen mit internationalen Fans von Fake News. Aber was erwartet man von YouTube? Immerhin schreiben die in ihren Guidelines über vertrauenswürdige Quellen, dass sie halt vor allem Google Suche und die Google News nutzen, um zu verifizieren, was seriös ist und was nicht. Und das ist natürlich sehr vertrauenserweckend, wenn man überlegt, dass bei der Recherche von Fake News bei Google als Nachrichtenmeldungen oft Käptner Edelmetalle, die junge Freiheit oder der Deutschlandkurier auftauchen. Fake News Blogs, die Google als seriös genug einstuft, um auf einer Ebene mit Tagesschau oder SZ zu stehen. Wenn wir über Hass, Lügen und Spaltung im Internet sprechen, dann müssen wir nämlich nicht nur über die Urheber dieser Lügen sprechen, sondern auch über die Plattformen, die sie erst möglich machen. Soziale Medien, die haben eine Verantwortung, aber die lehnen sie rundherum ab, weil sie als Konzern sich nicht um das kümmern wollen, was sie quasi als Vergangenes Jahr, dass sie nachweisbare Lügen und Fake News rund um die US-Wahl 2020 nicht löschen werden, obwohl diese Inhalte klar gegen die eigenen Regeln und Plattform Guidelines verstoßen. Laut Google wolle man die Meinungsfreiheit nicht einschrecken und nicht das Recht auf die freie Rede verletzen. Oder anders gesagt, Google hat Begriff von Freiheit zurück und lässt die Algorithmen Lügner, Rechtsradikale, Betrüger und sonstige Spalter einfach ganz wild bewerten. Anstatt Verantwortung für die über 2,5 Milliarden aktiven Nutzer weltweit zu übernehmen, hat schon einen Grund, warum Google den Slogan Don't be evil irgendwie nicht mehr nutzt. Google könne mit einem Finger schnippen, denn Alex rau ist dieser Welt das Geschäftsmodell kaputt machen. Dafür müsste man sich nur an die eigenen Guidelines auf die eigenen großen Worte beziehen. Auf Ideale, die man zwar beschwört, aber auf die man am Ende des Tages einfach nur einen großen Haufen setzt. Und man müsste nicht ein Wort löschen. Man müsste diese Kallele nur aus dem YouTube Partner Programm werfen und ihnen so den Geld anzudrehen. YouTuber wissen, dass das jedem immer passieren kann. Und das ohne die Angabe von Gründen. Google hat nur nicht gegen die die eigene Plattform zu einem schlechteren Ort machen, wie man meinen könnte. Und ja, das ist ein Trauerspiel. Am Ende hilft wohl wirklich nur mal wieder der ganz große Hammer. Schon heute bezahlt Google ja regelmäßig Milliarden Strafen an die EU für diverse Verstöße gegen Datenschutz, Kartellrecht und was weiß ich. Am Ende ist es aber wohl nicht genug. Vielleicht müsse die EU Google für jede belegbare Lüge, die auf den Plattformen stehen bleibt, eine Strafe aufbrummeln. Und das prozentual anhand des Jahresumsatzes. Weil hier greift das gleiche Prinzip, das auch bei Google und allen Kanälen gilt, die sie erlauben. Solange es ein gutes Geschäft ist, wird es keine Veränderung geben. Und bis dahin wird ein Mann, der eine Briefkastenfirma in den USA hat und immer dahin geht, wo er keine Steuern bezahlen muss, den Menschen in Deutschland erzählen, dass der Staat ihre Rente klaut. Eine Rente, zu der er selbst trotz riesiger Gewinne mit genau diesen Leuten keinen Cent beiträgt. Er und andere werden sich weiter mit Lügen betrügen und Desinformation bereichern. Und Google wird sie weiterhin belohnen, hofieren und fördern. Und wir werden weiter zuschauen, weil wir keine Chance sehen, einen Monopolisten aus den USA wirklich anzugehen. Aber in der EU leben halt auch 448 Millionen Menschen. Und zu diesem Markt will Google nicht den Zugang verlieren. Wir haben also durchaus einen Hebel. Und wenn Google nicht von sich aus nicht böse sein will, dann braucht es vielleicht hier mal eine andere Motivation. YouTube ist ja eine großartige Plattform. Aber sie ist auch wie Gift, das durch unsere Adern läuft. Und anstatt ein Gegengift zu nehmen, pumpt Google immer noch mehr Schmutz in uns hinein. Weil es am Ende nicht darum geht, dass es uns gut geht, sondern nur darum, wie viel wir bezahlen, damit es weiter geht. Das ist ein Problem in Zeiten, in denen nicht nur viele mit Desinformation viel Geld verdienen, sondern diese Desinformation auch bewusst als Waffe in asymmetrischen Kriegen genutzt wird. Und in meinen Augen versagt hier Google auf ganzer Linie. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne in den Kommentar. Und wie immer gilt, wenn ihr hier ein Abo dalasst, dann unterstützt ihr einen kleinen, aber fleißigen Kanal, der ein bisschen versucht, einen Beitrag zu leisten, dass das alles hier nicht abseuft. Und dafür vielen Dank an euch. Und hey, vielleicht wollt ihr auch gleich weiterschauen. dann empfehle ich euch mal dieses Video, in dem haben wir uns mal die Leute angeschaut und mit ihnen auseinander gesetzt, die auch auf YouTube immer weiter radikalisiert werden. Und damit dass Politik halt doch ein bisschen schwieriger ist, als diese Leute vielleicht zu denken glauben. In dem Sinne bleibt Untot, Leute. Euer Wolfi.